In diesen Zeiten verändert sich die Welt immer schneller. Und wir sind mittendrin. Doch spulen wir kurz 75 Jahre zurück. Es war der Januar 1947, als junge Nachwuchspolitiker aus dem ganzen Land in Königstein zusammenkamen. Sie hatten ein gemeinsames Ziel. Die Gründung der Jungen Union Deutschlands. Seitdem hat sich fast alles verändert. Doch eins ist in all den Jahren gleich geblieben. Wir kämpfen für die Interessen der jungen Menschen in unserem Land. Und das alles auf einem unumwüstlichen, christlich-demokratischen, liberalen Wertefundament. In 75 Jahren haben wir viel erreicht. Wir haben Reformen angestoßen, unser Land und unsere Parteien geprägt und große Persönlichkeiten hervorgebracht. Doch wir machen weiter. Gerade in diesen Tagen sind wir der Motor der Erneuerung. Und du kannst dabei sein. Gestalte deine Zukunft. Mach mit und werde Teil der größten politischen Jugendorganisation Deutschlands.